Der Astro-Kaubel läuft jetzt hell auf, weiß der Nacht geschnitten ist. Der Himmel brennt, der wird ganz warm. Und ein Nacken schockt, hast du jeden Alarm. Hast du nie, 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 hast du nie. Hm, das ist ganz schön. Schnell ist es. Habt ihr nicht auch mal Stücke von den Beatles gespielt? Was ist jetzt? Leidt ihr mir das Geld? Was ist mit der Sparkasse? Du willst doch deine Ausbildung zu Ende machen. Ich muss mal nach dem Essen schauen. Wann machst du ja zu Ende? Aber das Konzert ist mir auch wichtig. Genauso wichtig wie die Musikzeitschrift, die niemand lesen wollte? Wir haben noch 20 Kartons im Keller. Ihr versteht es doch gar nicht. Ich meine, ihr wohnt hier draußen, auf dem Dorf. Ich wohne in der Stadt. Ich mache einfach Dinge, von denen habt ihr keine Ahnung. Ich bin Manager. Ich bekam genau 50 Mark und tonnenweise Futter für mein homosexuelles Meerschweinchen namens Pucki.